Amen. Bist du freiwillig hier oder wolltest du vorgehen? Nein. Glaubst du an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Glaubst du, dass Jesus Christus Mensch wurde, um für deine Sünden am Kreuz zu sterben? Und dass er am dritten Tag aufgestanden ist, um ihr Leben? Und dein Bekündnis sind, glaubst du dich noch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus? Amen. Weiß den Namen Jesus. Halleluja! Amen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du von dem Namen darüber reden? Freiwillig. Freiwillig, wunderbar. Glaubst du an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Ja, glaub ich. Glaubst du, dass Jesus Christus Mensch wurde, um für deine Sünden am Kreuz zu sterben? Ja, glaub ich. Und dass er am dritten Tag aufgestanden ist und lebt? Ja, glaub ich. Amen. Auf dein Bekenntnis hin, traufe ich dich auf den Gaben des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Amen.